ja wir kriegen den weg einige eltern ist er weg ja wohl hast du kein heck gegen granaten nimm diesen kisten da wir müssen einfach immer auf 1 gehen weil der hacker kommt immer von diesen kleinen gangen da können wir entweder weg gehen oder mit granaten killen und spot bei uns du lecker noob ja dieser scheiß neo uns bot der pusht den heck bei den zügen Benzügen Benzügen Vergesst die Minen nicht zu legen, Potter Voran kommen zwei Leute Ja, der Medic läuft genau an seinem Arsch vorbei, ey So ein Hurensohn, ehrlich Sorry Der Lager-Noob ist vor, oder? Ah, ich glaube, beide Hacker Gott, ey Ich geh auch als Schütze Hi, Medic Jogi, hol dir den Medic Konntest du dir auf den Gleisen rutschen? Runde erfolgreich Feindliches Team eliminiert Verteidig die Stratege Wie gewinnen wir nicht gerade drüber? Runde beginnt Ja, so ein Lapp mal, Alter So wie der ganze Neo-Fighter-Clan Hier alle auf Medic gegangen sind Wir kommen safe in Push Ähm, Container Bei den Containern auf eins Äh, auf... ja Den Gleisen Alle uns bot Und alle Wettpänger Echt geil Schraub und alle schraub In den gegangen sind Mitnehmen wir haben die runde verloren kommt mich die ganze durch das auto verteidigt die strategischen alle eins musst du wissen Boah, ist das bitter. Ja, lecker genug bis 100% auch. Lecker. Was ist das für ein Lappenclan, ehrlich, Alter? Mein Gott, Alter. Boah, bestimmt das Geld, um sich einen besseren Hack zu kaufen. Oben sind zwei. Wir haben gepläntet, ne? Oh, leise. Ja, der Medic sitzt genau an dem Arsch, ey, das ist so fein, nicht? Der Lecker ist dahinter. Ja, durch die Wand durch, Arschloch. Und auf 1. Auf 1 geblendet. Ja. Dafür pushen ich hier, wir müssen warten und dann die von... Zertöne die strategischen Autos. Alter, schießt durch die Kathäne. Und er beginnt. Ja. 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 Läger genug bis auf dem Vordach, mit dem blauen Ven. er steht genau da unten er schwingt die ganze zeit am ende und nochmals die haben alle so einen schlechten heck man eigentlich alle kennen